Hallo und herzlich willkommen. Ich habe gerade gehört, hier ist irgendwo eine Katze. Und deswegen müssen wir ganz schnell anfangen. Und deswegen muss ich jetzt ganz schnell runterhüpfen und mir die Beine brechen. Komm zum Weedfeld. Weedfeld? Ach ja. Sie läuft gerade weg. Also ein Ozolo oder eine Katze? Ein Ozolo. Eine Katze läuft nicht frei rum. Ja, aber ich dachte, meine wäre vielleicht wieder geboren. Ne. Sneak, sneak, sneak. Ich habe keine Fische. Hä, wir haben noch Fische. Ich hole sie. Wir haben noch Fische? Ja, du hast doch nicht sechs Stücke oder was wir hatten verbraucht. Ne. Ich glaube, drei oder vier haben wir noch, oder? Müsste so sein, ja. Mal wetten, die verbrennt wieder. Burn. Die bringst du einfach nicht unten ins Lager. My cat is on fire. Ich baue einfach eine Katzenhütte. Da, zwei Fische, einen rohen Lachs und wo ist der Kugelfisch? Den müssten wir auch noch irgendwo haben. Den habe ich nicht. Ach, das geht auch mit Ocelots? Ocelots? Echt? Ja. Hast du den dabei? Nein. Wo ist der denn? Hm, ich habe jetzt drei Fische dabei. Das könnte knapp werden. Das könnte funktionieren. Ja, komm, ich bringe dir die einfach mal und dann gucken wir, ob es klappt oder nicht. Ja. Ich habe ihn noch im Blick. Im, 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 im Blick. Okay. Süß. Ich hätte gerne so eine Katze, die so aussieht, aber es geht ja nicht. Die so aussieht? Achso, so ein Ocelot? Wie? Ja, dafür haben wir dann später den Zoo. Ja. Das wird der Hammer, ne? Da sind zwei und der noch. Hinter dir liegt noch ein roher Lachs. Alle? Oh, lecker. Das müsste eigentlich mit allen Fischarten funktionieren. Und wie gesagt, eigentlich müssten wir noch einen weiteren haben. Also einen Kugelfisch, den haben wir nämlich irgendwie nicht verbraucht, oder? Nee, eigentlich nicht. Hast du keinen gelben Kreis irgendwie in deinem Inventar? Nein, habe ich nicht. Leute, was ist denn los, ey? Die legen Eier hier. Wo ist denn mein... Wo ist er denn jetzt? Ich habe ihn noch im Blick. Da, ich sehe ihn. Komm mal her. Ups. Ich habe gerade einen Huhn rausgehauen, weil ich zu schnell die Eier hier reingeworfen habe. Komm, putt, putt, putt. Er will, er will den Fisch haben. Psst. Komm her. Ich sehe das von hier, ne? Wie du da rum sneaks. Mann, komm. Das wird bestimmt eine Ginger Cat. Sag's dir. Ginger Cat. Wo ist sie jetzt? Da. Komm. Psst. Fischi. Fuck my life, sind die schnell. So, ich muss jetzt mal die Hühnerfarm anwerfen. Ich glaube, wir sollten genug davon haben. Ich behalte noch ein paar Eier in der Hinterhand, aber... Ach. Ach. So, jetzt komm mal. Ich? Nein. Ach so, die ganze... Irgendwie steht die da gerade nur drum rum. So, eigentlich wollte ich gar nicht die Hühnerfarm hier am Anfang machen. Ich warte jetzt hier, komm. Komm. Du willst es doch auch. So, wie mit dem Huhn, was ich hierher geschleppt habe, ey. Ja. Oh, hat das lange gedauert. Mädels, jetzt lauf mir nochmal hinterher. Ist ja auch so. Oh Mann, jetzt komm. Ich bin so aufgeregt. Ich muss unbedingt ganz viele Sachen erzählen. Ich bin so aufgeregt, Mama. Mama. Oh, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Oh, Redstone-Fackeln. Er kommt. Huh? Er? Vielleicht ist auch nicht sie. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Gleich find ich nie wieder zurück, wenn du noch weiterläufst. Jetzt komm mal her. Ja, er kommt. Komm. Es ist so sweet. So sweet? Ja. Im Wasser. So sweet. Es ist wie im Wasser. Ja, sie es. Die ganzen Redstone-Kram immer zu craften. Das ist ja richtig aufwendig. Schrecklich. Gut, dass ich dich dafür hab. Ja. Ja, ist so. Aber sie planscht. Oh, wie witzig. Die Kühe planschen auch alle. Dann brauchen wir ja auch ein Gehege für Planschkühe. Ja, das ist gut, ne? Das ist eine gute Idee. Aber ich freu mich schon auf unseren Zoo. Das wird... Außer, aber es dauert noch ein bisschen. Planschkühe, ja. Weil wir dafür erstmal ein bisschen Sachen haben müssen, um mit den Villagern zu handeln. Damit wir nicht... Jetzt schwimmt die auf die andere Seite, auf eine andere Insel. Das ist ja unfair. Ich will die auch nicht im Wasser füttern nachher. Oh. Er trinkt sie dann, oder was? Es stimmt. Nein, die können schwimmen, oder? Ja, die können schwimmen. Ja, hoffentlich. Auf jeden Fall stirbt deine Katze sowieso wieder. Ja. Entweder durch Feuer, Wasser... Oder... Weiß ich auch nicht. Zu viel Essen. Ich bin dick. Ne, ich bin zu dick, oder was hast du gesagt? Ich bin zu dick. Ich komme nicht durch die Tür. Also Planschkühe da rum. Ich scheuche die mal auf die andere Insel. Es wird gleich schon gedunkel, oder? Ja. Verdammt. Aber wir haben ja ein Bett dabei. So. Wenn ich jetzt schlafen gehe, ist die bestimmt gleich wieder weg. Oder ein Creeper kommt und es explodiert und dann ist der Ozeo tot. Du hast doch dein Bett dabei, ne? Da mal schnell schlafen. Hast du denn schon einen Fisch gegeben, oder noch gar nicht? Noch gar nicht. Was kannst du eigentlich? Die läuft die ganze Zeit weg. So, ich bin am Schlafen, ne? Du auch? Ja. Da ist sie ja noch. Da ist sie ja. Da ist sie ja. Komm. Sie muss erst mal an Land gehen. Das ist doch sonst ätzend. Mensch, Mensch, Mensch. Wenn du die Katze da fängst, kannst du auch nicht erzählen, was du erzählen wolltest, oder? Nein. Du bist zwar Frau, aber doch nicht so Frau, dass du Multitasking bist, ne? Das ist einfach zu aufregend, wenn sie dann kommt und dann gerade mal erzählen will, dann vergesst sie wieder, was sie sagen wollte. Das ist zu aufregend. Ähm, ich brauche Glas. Das Glas. Komm. Das steht genau vor mir. Jetzt musst du nur noch auf mich angucken. Es dreht sich im Kreis. Auf meinem Rollercoaster. Ja? Was? Das ist für ein Rollercoaster. Oh ja, warte. Nein, drei Fische. Nee, ne? Was hast du jetzt gemacht? Die ist unterm Baum gegangen, im Wasser und ist jetzt ertrunken. Oh, was kannst du eigentlich? Was kann ich denn dafür, wenn die da untergeht? Sie vielleicht aufhalten, da rausschieben, dass sie nicht ertrinkt. Oh mein Gott. Jetzt fehlen nur noch die zwei anderen Elemente. Mann. Ich werde niemals eine Katze haben. Nee. Auf jeden Fall habe ich ja jetzt hier Steam, Summer Sale. Jetzt habe ich mir ja vier Spiele geholt für 20 Euro. Mega nice. Also einmal, Far Cry 3 habe ich ja schon auf Playstation gespielt. Hast du ja auch geholt? Ja, habe ich auch für PC geholt. Für drei, vier Euro oder so. Gibt es dafür eigentlich auch geile Mods? Weiß ich gar nicht. Far Cry wäre, glaube ich, ein Spiel, wo auch viel Mod-Potential drin wäre. Ja. Dann habe ich noch Skyrim. Ja, nice. Das wollte ich auch schon immer mal. Dann noch Payday 2. Ja, auch nice. Das glaube ich auch ganz lustig. Und, was war noch? Ach ja, Fallout, wie geht das? Alles nice games, ne? Die Ultimate Edition. Tja, und jetzt soll noch mal einer sagen, ich habe keinen Geschmack. Ja. Ja. So, ich brauche Holz. Holz für meine Hütte. So. Die Hühnerfarm ist in Gange. Ja, nice. Ich habe gerade mal reingeguckt. Da sind ganz schön viele Hühner. Wasser in Tierhaltung. Juhu. Ich feier das. Oh, ich brauche nur noch einen Trichter. Da ist noch ein Trichter zu wenig, sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe mein Holz, habe ich das nicht da hinten gelagert? Bei der Hütte, ja, ne? Ja. Was wäre bitte, wenn du kein Holz mehr hättest? Oh Gott, da müsst ihr alles nochmal neu machen. So. Ich brauche hier nochmal einen schönen Weg später. Oder Seerosen, dann über den Teich laufen. Es gibt so viele Möglichkeiten. So, jetzt haben wir, also McDonalds ist jetzt offen. Oh, jetzt weiß ich, wo der Kugelfisch ist. In meiner Holzkiste. Stark. Ja, oder? Das ist schon, äh, gewaltig, ja. Gewaltig. So. So, du musst mir mal kurz sagen, nachher, wie man, ähm, hier, Türen baut. Hier, nicht hier, warte, hier. Diese Pfeiltüren, weißt du? Pfeiltüren macht man genauso wie Türen, bloß anstatt, ja, also im Prinzip die unteren beiden Reihen voll mit Holz. Okay. Ganz easy. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. Boah, das wird auch immer wieder gesagt, ne? Ja. So, ich fang jetzt endlich mit der Eisenfarm an. Das wird so ein hässiger Klotz, denke ich. Ähm, so hinter den Bäumen ein bisschen versteckt. Ja. Das ist doch gut. Aber es muss ja trotzdem im Spawnchunk sein, hatte ich dir ja schon erzählt, ne? So, mal gucken, was wir daraus machen. Du musst ja ein bisschen aufräumen. So, wie fang ich denn an, dann mit dem Hütchen? Ja. Das, was hinter dem Hütchen ist, das wird natürlich nachher noch schön gemacht, ne? Als soll ich das Hütchen bauen. Ach, da brauchst du eh noch mehr Platz, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. So. Und wenn dann die Hütte fertig ist, kann ich auch eine Katze haben, denn irgendwann, irgendwann, irgendwann. Du wirst niemals eine Katze haben. Sag doch sowas nicht. Sag doch sowas nicht, Mama. 3, 4, 5, so, ups. Mal gucken. Ich glaube aber, das kann man relativ hübsch gestalten hier, wenn es so im Wald ist, weil diese Dschungeltempel zum Beispiel, die sehen ja auch nicht so aus, als würden die da überhaupt nicht reinpassen in den Dschungel, ne? Und das kann man vermutlich hier so dekorieren, als wäre es auch so eine Art Dschungeltempel. Ja, das wäre cool. Das wäre dann, äh, ziemlich awesome. Awesome. Episch. 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 Schnauze. Schnauze. Ah, schön. Ich glaube, ich mach da wieder Erden. Äh, Erde, Erde, Erde. Ähm, ja. Wir hatten doch auch mal gesagt, dass wir so immer Themen beschnacken, ne? Ja. Ja. Haben wir ja noch nie so richtig gemacht. Hast du da noch Themen für? Das hab ich denn. Ich würde gerne reden über, also es ist ja jetzt so ein bisschen Diskussionsthema, ob, ähm, homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen, sollten. Hatten wir das nicht schon mal besprochen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Aber ich sage ja, sollten sie dürfen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, dass eben was dagegen spricht. Also ich weiß so, was dagegen spricht, so noch, weil das so eine geringe Akzeptanz gegenüber Homosexualität ist, derzeit noch. Ähm, aber das ist ja genauso wie früher mit Juden. Ja. Also ist jetzt krass, das irgendwie so zu sagen, aber die wurden von allen gehasst, weil es halt so gesellschaftlich die Norm war. Mhm. Und wenn Homosexuelle jetzt adoptieren dürften und das einfach überall so wäre, dann wäre das normal. Und dann wird auch keiner mehr schief gucken. Oh, guck mal, die Eltern von denen sind, äh, homosexuell, beziehungsweise die Erziehungsberechtigten, oder? Ja. Also das... Also das... Sagen ja auch irgendwie Leute, dass wenn jetzt jemand zwei Mütter oder zwei Väter hat, dann einfach, dass sie auch so, also auch homosexuell werden automatisch, was ja totaler Humbug ist. Ja. Das ist totaler Quatsch. Ja, ist ja. Sonst würde es ja nie Homosexuelle geben können, wenn... Weil sonst wäre es ja auch so bei heterosexuellen Eltern. Ja, genau. Das ist genau das Gleiche. Ja. Also eigentlich, ja. Ja. Es wird viel zu viel darüber diskutiert. Sollte einfach mal erlaubt werden, so. Meiner Meinung nach. Also da gibt es mehr als genug, die ich kenne, die sagen, es ist genau andersrum. Also die sagen, es geht gar nicht. Halt aus den Gründen, so. Die würden überhaupt nicht in der Gesellschaft akzeptiert werden. So in der Schule würden die ausgelacht werden und sowas und gemobbt werden. Das wird, glaube ich, tatsächlich anfangs so sein. Ja, aber ich finde immer, die Leute, die mobben, sind die dummen Leute. Ich hasse das. So was. Ja, es wird die Leute geben, die dann richtig drunter leiden, dass es das gibt. Aber auch nur in der ersten Phase, denke ich. Das ist halt, wie gesagt, das muss sich etablieren. Aber wenn man es komplett verbietet, macht man es irgendwie nicht besser. Weiß ich nicht. Ja, ist so. Ja, das stimmt. Und man darf da eigentlich gar nicht differenzieren, so zwei Regelungen, weil es ist ja irgendwie was normales, sag ich mal. Es ist ja keine Krankheit oder sowas. Ja. Man sagt immer Gleichberechtigung, Gleichberechtigung. Da muss man dann da auch sagen. Gleichberechtigung. Gleichberechtigung. Ist so. Ich muss mal wieder zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, sieben, sieben, zwei. Ich brauch jetzt Holzplatten. Oder Druckplatten. Eins, zwei, drei, vier. Ja, da hin. Zombie-Alarm. Bei dir oder was? Ja, aber er brennt. Du brennst wohl. Ach, hier aus der Höhle, wo ich baue, haben wir doch die Höhle aufgebaut. Da kommen jetzt ganze Zombies raus. Echt? Du hast Angst, ne? Da pisst ich wieder hier. Das ist, glaube ich, nicht genug beleuchtet, aber egal. Waren nur drei. So. Heilwitzka. Heilwitzka. Ne, ich hab auch... Soll ich mal ein Thema irgendwie reinwerfen in den Raum? Ja. Das wäre awesome. Abtreibung. Ach, du Heiliger. Das ist schwer, ne? Das ist echt... Da bin ich manchmal so im Zwiespalt, ne? Also ich finde, man soll das selbst entscheiden, weil wenn man jetzt sagt, wenn man selber sagt, ich würde das auf keinen Fall hinkriegen, ich weiß nicht. Also man könnte das ja auch zur Adaption freigeben, aber weiß ich nicht. Das ist halt ein mega schwieriges Thema. Das ist richtig heftig ethische Fragestellung, finde ich. Also das finde ich auch schwierig immer zu sagen. Ist das jetzt schon ein Lebewesen so ungefähr? Ist das ein Mensch, dieses heranwachsende Etwas? Zellklumpatsch? Zellklumpatsch. Ja, muss man ja eigentlich so sagen. Ja. Das ist ja irgendwie noch nichts Heiles und nichts Ganzes. Ähm. Puh. So, entwickelt sich ein Mensch erst, weil man wird nie ein neugeborenes Baby, wenn das getötet wird, wird man sofort sagen, oh krass, geht gar nicht. Ja. Äh, aber das hat ja auch noch nichts entwickelt. Also das ist ja auch komplett, äh, unberührt von der Welt, hat noch überhaupt keine Persönlichkeit entwickelt oder irgendwas. Also auch eigentlich kein Grund, weswegen man da einen Aufschrei machen müsste. Also klingt böse, aber ist ja so. Ja, richtig schwer, ja. Nur weil es, ähm, jetzt dann schon komplett ausgebildete Organe und so hat und, na halt tatsächlich schon selbstständig lebensfähig ist, aber macht man da jetzt die Grenze? Ja, das ist echt, ich finde das richtig schwer zu beantworten. Wollen wir kurz pennen? Ja. Ähm, ja, das finde ich auch. Und, ähm, seit dieser Früherkennung, also man kann jetzt ja schon früh erkennen, ob die zum Beispiel ein Down-Syndrom haben, die Kinder oder so. Mhm. Deswegen gibt es ja auch weniger Down-Syndrome inzwischen, weil die fast, die werden glaube ich zu 60% oder so abgetrieben. Das ist irgendwie heftig, ne? Ja. Also weiß ich auch, ich finde das schwierig so. Man weiß schon, dass, die haben ja, ja, man weiß, die sind behindert, wenn sie auf die Welt kommen. Ähm, Frage ist, kann man denn trotzdem drüber entscheiden? Wir bringen das Kind jetzt um, weil es ist ja behindert. Ja, nur weil es behindert ist. Ja, genau. Es kann ja trotzdem ein schönes Leben haben. Möglicherweise. Ich weiß es, ne? Aber ich sehe, ich habe jetzt letztens auch wieder was im Fernsehen gesehen, wo wieder Leute mit Down-Syndrom waren, die leben halt in ihrer eigenen Welt. So, die können natürlich, natürlich auch ein glückliches Leben haben und so. Aber man muss, vielleicht sollte man denen mal die Chance geben, das auch zu machen. Hier ist ein Baby-Villager-Zombie. Aber wie gesagt... Voll vom Thema Abschweichen, hier ist ein Baby-Villager. Naja, vom Thema Abschweichen, nein. Ja, stimmt. Darf ich den jetzt umbringen? Ja, nur weil er behindert ist, nein. Sünde. Sünde. Ja, was wolltest du sagen? Du warst dann jetzt ganz fertig. Was habe ich hier? Was habe ich hier? Irgendwas habe ich hier verzapft. Ähm, so. Ne, aber es sind so Themen... Puh. Da möchte ich nicht so die Entscheidung treffen, so. Also, wenn ich selbst in der Situation wäre, so, ist immer, wird man sich auch, was wird man dann machen, so. Ja, was würde ich dann machen? Also, ich muss ja sowieso nicht abtreiben, aber ich glaube, wäre ich jetzt eine Frau und ich könnte das entscheiden, äh, puh, ich glaube, ich würde es nicht machen, weil... Ja, ich glaube auch nicht, weil... Weil ich würde sagen, das ist ein heranwachsendes Leben, ne, und das ist irgendwie... Ja, ich glaube, vielleicht, wenn man jetzt so sagt, ich könnte vielleicht sagen, ja, ich würde abtreiben, aber wenn es dann dazu kommt und man erst mal dann davorsteht und was man wirklich machen sollte, könnte ich das, glaube ich, nicht. Ja, ich weiß es echt nicht. Puh. Okay. Okay, das war's. Hast du noch ein schönes Thema, worüber man reden kann? Schönes? Ja. Aber man, ich... Jetzt war ja E3, ne? Oh ja. Und ich habe davon alles verpasst, weil ich ja auf Seminar war und ich bin richtig... Das ist ja schon wieder traurig. Ja, das ist ja schön, das ist auch traurig. Vom Niveau und ist ja gleich doll. Ja. Nein. Ach, schön. Ne, ich habe ein interessantes Thema. Was denn? Äh, Kopftransplantationen. Also man soll demnächst... Ja, das habe ich auch gehört. Da haben wir auf Seminar drüber gesprochen. Richtig verrückt. Das sind die Spiebelst krank. Einfach nur krank, wenn ich das... Ja, also für die, die es nicht gehört haben... Ja. Man soll... Ich glaube 2020 ist die erste Transplantation geplant, ne? Für einen Menschen. Ja. Ja. Ich glaube bei Tieren wurde es sogar schon gemacht. Also da wurde dann der Kopf halt abgetrennt und auf einen anderen Körper raufgesetzt. Also und der Sinn der Sache... Oder soll gemacht werden. Und der Kopf sozusagen bleibt dann die Persön... Ist ja die Persönlichkeit dann sozusagen. Also der bleibt am Leben und der andere Körper wird zum Beispiel vom Unfallopfer oder sowas genommen sozusagen. Hm. Du kriegst quasi... Neuen Körper. Ja, du kriegst einen neuen Körper, behältst deinen Kopf. Ja. Ja, genau. Du behältst nur den Kopf und der Rest wird getauscht sozusagen. Das ist dann für Querschnittsgelähmte oder so. Total verrückt. Dann haben die einen ganz komplett... Körper aus Fleisch und Blut. Und dann läuft das. Ja. Oh, das war richtig... Hast du das Wortspiel mitbekommen? Ja. Oh. Oh ja, okay. Komm, darüber darf man glaube ich noch lachen. Ich glaube das war jetzt nicht ganz so gemein. Ja, das ist okay. Das war... Ist ja noch ein bisschen hin. Da gehen die Meinungen wahrscheinlich auch auseinander. Das war an der Grenze. Okay, gibst zu. Ja. Oh Gott. Puh, man muss aufpassen, was man sagt. Ist so, ne? Ist so. Alles, was sagen, könnte gegen sie verwendet werden. Hoffentlich nicht. So. So, 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 so.